Hallo liebe Fans des BVB, Niklas Süle ist ein Spieler, der immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. Der Verteidiger besitzt ein großes Potenzial, jedoch hat er Probleme mit seinem Gewicht. In der ersten Hälfte der Saison 2022-2023 war Süle nicht einmal Stammkraft und saß oft nur auf der Bank, da er nicht fit genug war. Im Dezember 2023 führte Direktor Sebastian K. ein Gespräch mit Süle und seinem Berater. K. machte Süle deutlich, dass er mehr Engagement und eine bessere körperliche Verfassung von ihm erwartete. Süle versprach Besserung und engagierte sogar einen eigenen Koch, um sich gesünder zu ernähren. Trotzdem blieben die Verbesserungen aus und im Januar 2024 wog Süle immer noch über 100 kg. Trainer Eden zeigte Verständnis für Süles Situation, da dieser im September zum zweiten Mal Vater wurde. Doch als Süle auch zu Beginn des Jahres 2024 nicht überzeugen konnte, zog Terzes Konsequenzen. Beim 3-0-Sieg in Darmstadt setzte er im Regen als Innenverteidiger ein. Süle selbst lässt sich von den Diskussionen nicht beeindrucken und ist sich bewusst, dass sein Gewicht ein Problem darstellt. Allerdings scheint er nicht gewillt zu sein, es zu ändern. Wie es für Süle weitergeht, ist unklar. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2026, aber wenn er sich nicht ändert, könnte er seine Karriere gefährden. Was denkt ihr? Kann Süle sein Gewichtsproblem in den Griff bekommen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Euer schwarz-gelbes Nachrichten-Team